Deine Geschichte, meine Stimme. Das ist buchbar, dein Hörbuch. Ich bin Anna, freu mich, dass du da bist. Darf ich vorstellen? Die Leseprobe. Frag nach Mario. Geschrieben von Gerd Schäfer. Erschienen im Pinguletter Verlag. Gesprochen von Anna T. Fährt Welche war die Nächste? Ah, der Hobbypsychologe. Sie wollte schon auf Löschen klicken, als sie den Text schließlich doch noch einmal durchlas. Wie geht es dir? Laura stockte. Völlig verwirrt musterte sie diese vier unscheinbaren Worte. Wie geht es dir? Etwas krampfte sich in ihr zusammen, als ob jemand ihr Herz ausbringen wollte. Wie geht es dir? Sie versuchte sich daran zu erinnern, wann zuletzt irgendjemand diese Worte zu ihr gesagt und eine ernsthafte Antwort erwartet hatte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern. Und nun war da dieser fremde Mann, Mario, und stellte ihr diese so simple und doch so bedeutungsvolle Frage. Wieder und wieder las sie diese vier Worte. Dann endlich schaffte sie es, alle Zeilen der E-Mail zu lesen. Natürlich stellte sie sich die Frage, ob das nur leere Floskeln waren, doch sie glaubte es nicht. Sie hatte das hier so völlig neue Gefühl, dass dieser Mario all das genau so meinte. Ob sie auf die Nachricht antworten sollte? Unsicher fuhr sie mit dem Mauszeiger über den Antwortenbutton. Sollte sie sich trauen? Auf einmal musste Laura lachen. Hatte sie nicht vorgehabt, das ganze Wochenende mit fremden Menschen zu schreiben, sie zu treffen und irgendwelche besonderen Momente bis hin zum Sex mit ihnen zu erleben? Und jetzt war sie zu schüchtern, um eine harmlose E-Mail zu beantworten? Entschlossen klickte sie auf Antworten. Hallo Mario, herzlichen Dank für deine Nachricht. Sehr gerne würde ich ein wenig mit dir mailen. In deiner Nachricht hast du geschrieben, dass es hilft, sich jemandem anzuvertrauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so etwas kann. Möglicherweise brauche ich ein wenig Zeit, bevor ich mich etwas mehr öffnen kann. Ich hoffe, das ist okay für dich. Viele Grüße, Laura. Insgesamt benötigte Laura fast eine halbe Stunde für die Partei. Etwa hundertmal las sie ihren Text durch und hundertmal hatte sie etwas daran auszusetzen. Sie änderte hier ein Wort und formulierte dort einen Satz um. Sie wollte freundlich klingen, aber nicht zu offenherzig. Sie wollte zögerlich klingen, aber nicht abweisend. Vor allem wollte sie mit der Mail herausfinden, ob Mario wirklich an ihr und ihren Sorgen interessiert war oder ob er sich davon abschrecken ließ, dass sie Zeit brauchte. Und sie wollte ihm auf keinen Fall zeigen, wie aufgeregt und hoffnungsvoll sie war. Nicht mal sich selbst wollte sie eingestehen, wie sehnsüchtig sie eine baldige Antwort erhoffte, als sie schließlich zögerlich auf die Senden-Taste klickte und die E-Mail damit auf ihre Reise durch den Datenorbit schickte. Jetzt hieß es warten. Warten ist schrecklich. Warten fühlt sich an, als ob ein unbarmherziger Geist dafür sorgt, dass sich die Zeiger der Uhr nur noch wie in Zeitlupe drehen. Dass man nach fünf Minuten auf die Uhr schaut, aber nur eine halbe Minute vergangen ist. Dass man schreien möchte, um die Zeit endlich ein wenig zu beschleunigen. Das Warten machte sie wahnsinnig. Sie vergrub den Kopf in ihrem Kissen. Im nächsten Moment stand sie auf, schleuderte das Kissen durch das Zimmer und begann planlos durch den kleinen Raum zu laufen. Alle paar Sekunden blickte sie auf den Bildschirm, ob dort endlich eine neue Nachricht erscheinen würde. Er würde doch wohl schreiben? War ihre E-Mail vielleicht doch zu abweisend? Was wäre, wenn er schon im Bett läge und schlafen würde? Sollte sie eine weitere Mail hinterher schicken? Eine Mail, in der sie schreiben würde, wie sie sich wirklich fühlt? Eine Mail, die ihn veranlassen würde, ihr sofort zu antworten? Oder würde ihn eine weitere Mail möglicherweise vollkommen abschrecken? Sollte sie vielleicht stattdessen besser ins Bett gehen und auf den Morgen warten? Nein, sie konnte sowieso nicht schlafen. Dafür war sie viel zu aufgewühlt. Es war zum Verrücktwerden. Schon wieder würde sie am liebsten laut losschreien. Als sich Laura schon völlig sicher war, dass Mario nicht mehr antworten würde, piepte ihr Notebook und verkündete eine neue E-Mail im Postfach. Bitte, kein weiterer versauter alter Bock, flüsterte Laura und aktualisierte ihren Posteingang. Da war sie, die Antwort von Mario. Liebe Laura, ich freue mich wirklich sehr, dass du mir geantwortet hast. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, einem vollkommen Fremden einfach so eine Mail zu senden. Vermutlich hast du Dutzende von E-Mails bekommen und wahrscheinlich wurdest du mit unmoralischen Angeboten überschüttet. Als ich deine Kontaktanzeige gelesen habe, hatte ich aber das Gefühl, dass es dir um etwas anderes geht. Dein Text klang für mich wie ein Hilferuf, wie der verzweifelte Wunsch, einen Weg aus dem erdrückenden Labyrinth deiner aktuellen Lebenssituation zu finden. Sehr gerne würde ich dir dabei helfen, diesen Weg zu finden. Mach dir bitte keine Sorgen darüber, dass irgendetwas nicht schnell genug geht. Nimm dir genau die Zeit, die du brauchst. Schreib mir, was du willst und wann du willst. Egal, ob du mir schreibst, was dich bedrückt oder schlicht und ergreifend nur ein bisschen Smalltalk machen möchtest. Ich bin für dich da. Jetzt gehe ich aber erst einmal ins Bett. Schlaf schön und träum süß. Liebe Grüße. Mario Lauras Herz hüpfte wild, als ob es aus ihrer Brust herausspringen wollte. Völlig überfordert von diesen ungewohnten, positiven Gefühlen musste sie erst einmal kurz durchatmen. Dabei merkte sie, dass sich ein breites Grinsen auf ihrem Gesicht festgesetzt hatte. Unfassbar. Und das alles wegen ein Paarsetzen eines unbekannten Mannes. Sie musste jedoch zugeben, dass Marios Worte etwas hin ihr zum Klingen brachten, seine einfühlsame und unaufgeregte Art, sein Bestreben, ihr bei ihren Problemen zu helfen. Vor allem aber die Tatsache, dass er sie kein bisschen unter Druck setzte. Es ging ihm nicht darum, sich auf irgendeine Weise an sie ranzumachen. Stattdessen sollte sie sich so viel Zeit lassen, wie nötig war. Schlaf schön und träum süß. Das gefiel ihr. Der einzige Gute-Nacht-Gruß, den sie kannte, war ein brummiges Grummeln, das Christian manchmal von sich gab, wenn er einigermaßen ausgeglichen und gut gelaunt war. Träum süß. Ja, das würde sie. Laura wünschte Mario ebenfalls eine gute Nacht und machte sich dann beschwingt bettfertig. Sie schlief schon nach wenigen Minuten glücklich lächelnd ein. Als sie am nächsten Morgen wach wurde, war es schon hell. Sie blinzelte ungläubig, als ihr die Sonne ins Gesicht schien. Verwundert warf sie ein Blick auf die Uhr. Halb neun. Seit Monaten hatte sie nicht mehr durchgeschlafen. Normalerweise träumte sie schlecht, wälzte sich ruhelos von einer Seite auf die andere oder starrte an die Decke zum blinkenden Licht des Rauchmelders, während ihr unheilvolle Gedanken durch den Kopf gingen. Sie stand dann immer schon in aller Herrgottsfrühe auf, völlig gerädert, müde und schlecht gelaunt. Heute jedoch fühlte sie sich ausgeschlafen und fröhlich. Die Dusche war erfrischend und belebend, ihr Müsli mit frischem Obst eine Geschmacksexplosion. Erwartungsvoll setzte sie sich an ihren PC und freute sich wahnsinnig über Marios liebevolle Guten-Morgen-E-Mail. Frag nach Mario Geschrieben von Gerd Schäfer Mehr Infos zu diesem Buch und zum Autor gibt es auf bingoletta.de